In einem Interview sprach Patrizia Blanco jetzt über ihre finanziellen Sorgen und offenbarte dabei erschreckende Details über ihre Beziehung mit Ex-Freund Andreas Ellermann. Patrizia Blanco, eiskalt von ihrem Ex ausgenutzt. Bereits vor eineinhalb Jahren ging ihre Beziehung zu Unternehmer Andreas Ellermann, 59, auseinander. Im Interview mit Bild bricht Patrizia Blanco, 52, nun ihr Schweigen, warum aus Harmonie Kälte und Demütigung wurde. Es ging ihm immer nur darum, mit meinem Namen bundesweit berühmt zu werden, klagt sie. Irgendwann lag er nur noch da und hat darauf gewartet, bedient zu werden. Patrizia Blanco, Angst war ihr ständiger Begleiter. Doch damit nicht genug. Sogar zu Handgreiflichkeiten sei es gekommen. Einmal hat er mir Wasser ins Gesicht geschüttet. Und in seinem Haus ist er mal mit einer Schreckschusswaffe auf mich losgegangen. Traurig fügt die Bayerin hinzu, aber ich bin aus Existenzangst bei ihm geblieben. Ähnlich wie meine Mutter, die meinen Vater nicht verlassen konnte. Die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco, 87, ist seit der Trennung Single und damit auch alleine für ihren Lebensunterhalt verantwortlich. Ich muss mich selbst finanzieren, das ist manchmal hart, so die gelernte Hotelfachfrau abschießend.